Ein Lebensmittel produzieren und verkaufen ist eigentlich relativ einfach, aber es gibt sehr viele Punkte, die man auch beachten muss. Zum Beispiel bei uns in der Produktion müssen wir sehr auf die Hygiene achten, vom Gemüse, was dreckig reinkommt, das müssen wir trennen von der sauberen Produktion. Und all solche Punkte sind ein grosser Bestandteil, damit man ein sauberes, gutes Produkt herstellt. Hello, Hello, Beautiful World. Hello World kennt ihr mittlerweile nicht nur aus meinem Podcast, sondern auch aus einem Glas. Das Hello World Granola wird in Kemptal produziert, dort wo man Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker maximal reduziert. Juicy Reveruzzi hat 2015 mit 0,0 gestartet. Der gelernte Koch hat damals ein eigenes Produkt, eine Bouillon, auf den Markt gebracht. Und heute hat er sich einen grossen Namen für alle Start-ups gemacht. Eine Spezialisierung auf flüssige Lebensmittel zeichnet sich von Beginn an ab. Mittlerweile ist die Marke 0,0 als Lohnproduzent bekannt. Heute sprechen wir, welche Zutaten die perfekte Mischung für seinen Erfolg waren und hoffen, dass sich viel mehr Menschen zur Selbstständigkeit wagen. Welcome to my Podcast. Danke dir für die Einladung. Ja, damit hättest du wahrscheinlich 0,0% gerechnet, dass du eines Tages hier sein wirst und mit mir Hochdeutsch sprechen wirst. Absolut nicht. Absolut nicht. Aber ich freue mich, es ist mein erster Podcast. Wir haben uns vorhin gesehen und du hast gemerkt, ich war ein bisschen zurückhaltender als jetzt im Podcast. Weil es ist für mich mega komisch, wenn ich jemanden vor dem Podcast sehe, weil ich will dich so kennenlernen. Und du warst so früh hier, dann habe ich gedacht, okay, scheisse, ich habe noch nichts aufgebaut. Und dann war ich so, okay, ein bisschen auf Distanz. Und jetzt lernst du mich jetzt richtig kennen in meinem Element. Da freue ich mich. Da freue ich mich drauf. Ja. Juicy, herzlich willkommen. Ich habe von dir oder von deiner Marketingfrau ein kleines CV bekommen. Oder einfach so einen Lebenslauf mit, was du wirklich alles machst. Und ich war wirklich beeindruckt zu wissen, dass nicht nur mein Hello World Granola bei euch ja geboren wird, sondern dass du auch mit ganz vielen anderen Brands zusammenarbeitest. Und dann denke ich so, all die Gespräche, die ich im Leben geführt habe, all die Menschen, die was produzieren wollten und nicht wissen, was sie machen sollten, können eigentlich zu dir in the Valley kommen. Genau, so ist es, ja. Ja. Was war damals die Idee, dass du mit dieser Bouillon gekommen bist? Ja, ursprünglich hatte ich das eigentlich begonnen. Ich bin gelernter Koch. Und ich habe dort oft gemerkt, dass wir immer aus frischen Zutaten die Gerichte produzieren. Und dann am Schluss beim Würzen haben wir Fertigprodukte verwendet, die viele Zusatzstoffe haben. Und das hat mich immer ein bisschen gestört. Das hat immer alles gleich geschmeckt nach diesen Bouillon-Pasten und so weiter. Und so bin ich dann mal auf die Idee gekommen, hey, man könnte doch das selber machen. Man kann das mit frischen Zutaten machen, ohne Zusatzstoffe. Und so ist das eigentlich mal entstanden. Und dann habe ich begonnen, in der Küche bei mir zu Hause zu tüfteln. Und haben die ersten drei Bouillon kreiert. Eine Gemüse, eine Geflügel- und eine Rinds-Bouillon. Und vor allem war es dabei. Vegetarisch, vegan und für die Fleischhaltung. Genau, genau. Und die Idee war eigentlich, dass wir alle Zutaten, die wir verwenden, in der Paste erhalten lassen. So haben wir einen sehr höheren Gemüseanteil. Kein Food Waste generieren. Das war eigentlich so mal die Idee. MTL Switzerland – Vorreiter moderner Mobilfunkdienste. Mit ihrem Motto «Deine Welt» ermöglicht MTL dir, dich mühelos mit der ganzen Welt zu verbinden. Brauchst du einen neuen Handyvertrag? Suche nicht weiter. Mit MTL Switzerland kannst du unkompliziert und einfach hochwertige Telekommunikationsdienste abonnieren. Ob es darum geht, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, über globale Trends auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach nur mit geliebten Menschen in Verbindung zu treten, MTL hat dich abgesichert. Also, jedes Mal, wenn ich in diesem Podcast «Hello World» sage, denke daran, dass MTL dein Tor ist, um mit dem in Kontakt zu bleiben, was dir am wichtigsten ist. Verbinde dich mit der Welt und lass MTL dein Begleiter auf all deinem Wege zum Erfolg sein. Verpasse nicht diese fantastische Gelegenheit, deine Welt zum Leben zu erwecken. Schaue auf der Webseite www.mtl.ch vorbei und starte noch heute deine Reise mit MTL Switzerland. Also das Ziel ist bei uns wirklich, dass frische Karotten, frische Zwiebeln, und das kommt mittlerweile in grossen Mengen. Das sieht immer so cool aus, wenn da die Gemüseanlieferung kommt. Wie viele Karotten und wie viele Zwiebeln das sind, das macht Spass. Darf ich wissen, wie du das bestellst? Ist es ein Schweizer Bauer? Ein bisschen beides. Also während des Sommermonates können wir das direkt ab Feld bestellen in der Schweiz. Es gibt natürlich Zutaten, die sind nicht das ganze Jahr in der Schweiz erhältlich, was wir zum Teil auch aus Italien usw. importieren müssen. Aber wir sind eigentlich immer mehr daran, dass wir die Bouillon versuchen, in den Sommermonaten zu produzieren, sodass wir wirklich lokal produzieren können, aus lokalen Produzenten. Wir verwenden z.B. auch oft krummes Gemüse, was im Retail nicht verkauft wird. Weil es nicht ästhetisch schön ist? Genau. Oh, was für ein blöder Grund. Genau. Und wir schauen auch oft, dass wir das, solches Gemüse nehmen. Aber da wir das ganze Jahr produzieren, ist es natürlich nicht immer möglich. Aber grundsätzlich so regional wie möglich. So schön. Genau. Und du willst ja auch kein Food-Wasting machen. Heisst das, du nimmst ein bisschen mehr von dem Gemüse, was sonst jemand wegschmeissen würde, damit du weniger Food-Wasting machst? Ja, also wir schauen wirklich auch bei der Verarbeitung, dass wir so wenig wie möglich beim Gemüse wegwerfen, wegwerfen, dass wir das so gut wie möglich verwerten. Das ganze Gemüse wird ja am Schluss eigentlich nicht gefiltert, sondern es wird so verarbeitet, dass eine Paste daraus entsteht. Und so haben wir eigentlich das ganze Gemüse, das wir geschnitten und gekocht haben, dann eigentlich in einer Paste enthalten. Also wir werfen praktisch nichts weg. Ja. Genau, ausser Zwiebelschale und im Moment. Aber man kann in Zukunft aus solchen Produkten auch neue Produkte machen oder weiterverwenden, wie auch immer. Ja. So hast du gestartet, mit einer Bouillon. Genau. Das war deine perfekte Zusammenmischung. Genau. Zu Hause nachher. Genau. Zu Hause. Und was hast du dann gemacht, als du diese Brühe, sagt man den Brühe? Ja, Bouillon, Brühe, genau. Als du sie dann fertiggestellt hast, was war der first step? Ähm, der erste step war eigentlich dann, ich habe das der Familie und Freunden verschenkt. Aha, die leiden erst oder sind beglückt, je nachdem, oder? Und dort kam eigentlich relativ schnell ein gutes Feedback, dass das gut ankommt, dass sie das gerne haben. Ja, und dann wusste ich eigentlich, oder es bestätigte mich, dass das eine Marktlücke sein könnte. Und ich habe dann begonnen, den Namen für dieses Produkt herauszufinden. Und wir haben relativ lange daran gesucht, bis irgendwann das Wort 0,0 kam. Wie kam das Wort? Das war, wir haben so Brainstorming gemacht zu Hause und irgendwann ist dieses Wort gefallen. Und dann war das so ein Moment ruhig und irgendwie haben wir dann gemerkt, hey, das könnte es sein. Weil 0,0 steht für vieles, für ohne Zusatzstoffe, aus frischen Zutaten, ähm, 0,0 Kilometer zum Beispiel und so weiter, was man kann. Und kann mit dieser Marke, oder kann man sehr viel machen. Und dann, ja, bin ich eigentlich voller Euphorie, habe ich recherchiert, ob es diese Marke gibt. Und die gab es nicht. Dann ging das alles relativ schnell, habe ich alles schützen lassen. Und so ist eigentlich dann im 2015, knapp 2016, die Marke oder der Name entstanden. Und dann ging es eigentlich weiter. Wir brauchten einen Brand, wir brauchten ein Logo, eine Grafik. Und bin dann auf die Suche nach einer Grafikerin oder Grafiker gegangen, um das Logo zu kreieren. Genau, und am Anfang war es nicht so einfach, jemanden zu finden. Ich dachte, ich frage an und bekomme ein Angebot. Aber. Nein. Genau. Ja, ja, ja. Bin dann auf Anna gestossen, die mir das Logo kreiert hat. Und ja, das ist eigentlich seit Beginn dieses Logos. Der Name, es ist einfach so einfach. 0,0. Simplicity. Genau. Hast du auch das Gefühl, dass jeder von der Selbstständigkeit davonrennt, weil es so wie eine Angst gibt, wo du denkst, wo soll ich starten? Wie soll ich das alles machen? Und wenn du den Weg gehst, dann passieren einfach diese Miracles auf dem Weg, oder? Absolut. Ja. 0,0. Genau, das ist so. 0,0 Prozent Angst. Genau. Eigentlich so ein einfacher Name irgendwie, aber ja, der hatte bis jetzt noch niemand. Und das war so wie, ja, das war vielleicht Schicksal, dass wir das so mit diesem Namen beginnen können. Und ja. Und dann hast du eine Produktion gesucht? Ich habe lange, das eigentlich, oder sagen wir so, ich habe nebenbei, also ich habe 100 Prozent gearbeitet. Als Koch? Nein, ich bin dann, ich habe dann im Lebensmittelhandel gearbeitet, also im Büro. Und wir haben dort Lebensmittel importiert aus der ganzen Welt. Lustig. Genau. Und das habe ich eigentlich nebenbei gemacht. Da konntest du dir ein grosses Wissen schon aneignen. Absolut, ja. Auch wenn ein Gemüse, was ich ja vorher für eine Frage gestellt habe. Absolut. Du kanntest dann auch die Lieferanten schon von dieser Stelle, wo du was bestellen könntest? Unter anderem auch. Ich habe aber in dieser Stelle sehr vieles gelernt, was die Lebensmittelsicherheit anbelangt, wie man verkauft und so weiter. Kannst du bitte davon ein bisschen erzählen? Bitte, gib uns diese Erleuchtung. Ja, es ist, ein Lebensmittel produzieren und verkaufen ist eigentlich relativ einfach, oder? Aber es gibt sehr viele Punkte, die man auch beachten muss um das Produkt. Also wir müssen zum Beispiel bei uns in der Produktion müssen wir sehr auf die Hygiene achten. Wir müssen die verschiedenen Schritte vom Gemüse, was dreckig reinkommt, das müssen wir trennen von der sauberen Produktion. Und all solche Punkte sind einen grossen Bestandteil, damit man ein sauberes, gutes Produkt herstellt. Und das sind eigentlich in den Jahren, bevor ich in die 0,0 eingestiegen bin, eigentlich das gelebt habe, das täglich, ja, wir haben das täglich gelebt, weil wir für die ganze Schweiz eigentlich Lebensmittel beschaffen haben. Und von dem her Krass, du bist eingeschult. War ich ein bisschen eingeschult und hatte schon ein gewisses Know-how, was ich mitnehmen konnte. Ja. Genau. Und wenn jetzt die Lebensmittel von der ganzen Welt in die Schweiz kommen, das heisst, eine Banane, die ist jetzt auch nicht einen Tag alt, die ist wahrscheinlich zwei, drei Wochen alt. Ja. Ich bin mehr im Tiefkühlbereich tätig gewesen, aber wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der Bananen importierte und ich durfte den einmal besuchen und die kommen ja eigentlich grün, die kommen grün in die Schweiz. Und es gibt so spezielle Kammern, die das Klima, wie sagt man? Also gekühlt. Ja, genau. Also Kühlraum. Genau, es gibt so spezielles Klima, wo die Bananen reifen und der Reifprozess wird dann zum Beispiel hier in der Schweiz fertiggestellt. Sie kommen ungereift in die Schweiz. Genau, ja. Und der Feinschläf? Wird dann hier in der Schweiz gemacht, genau. Und das wird mit allen Produkten so gemacht? Nein. speziell mit Bananen? Nein, nein. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du gerade Bananen angesprochen hast, das ist so das Typische. Ja. Weil die Reifung der Bananen, das geht relativ schnell und darum müssen sie ungereift hier in die Schweiz kommen, damit wir dann den richtigen, der richtige Reifungsgrad in den Retailer beliefern können. Und das heisst, wir sollten mehr auf grün einkaufen als zu gelbe? Nein, nein. Also du bekommst hier in der Schweiz, glaube ich, keine grüne Bananen. Aber ich gehe meistens gerne auf die grünere Version, damit sie einfach länger zu Hause hält. Ja, doch, das stimmt. Ja, doch, das stimmt. Das kannst du so machen, ja. Weil es kommt darauf an, wie oft ich sie dann ja... Genau. Genau, essen möchte. Genau. Und die Avocado ist wahrscheinlich genauso, weil die braucht ja auch einen längeren Reifungsprozess. Das weiss ich, das weiss ich nicht. Aber ich... Weisst du, wenn ich schon jemanden am Tisch habe, dann werde ich dich ausfragen, ich will doch alles wissen. Ja, das ist... Hochinteressant. Genau. Ja. Und dann kanntest du natürlich schon einige Lieferanten. Jetzt brauchst du ja persönlich keine Bananen. Nein, noch nicht. Wir produzieren noch kein Produkt mit Bananen, aber wer weiss. Das Know-how, es ist so mind-blowing, dir einfach zuzuhören. Du merkst aber auch, ich stelle dir Fragen, weil es beschäftigt mich extrem, was ich esse und woher es kommt. Weil das ist auch eine Energie und ich will ja nur das Beste vom Besten für meinen Körper. Und wenn du das dann so erklärst, wie du das alles machst, dann macht das alles auch mega Sinn. Ja, du wirst eingeschult. Ja. Das ist eigentlich auch ein bisschen unsere Philosophie. Wir wollen wirklich schauen, dass wir Produkte herstellen, die wirklich frisch sind, die gesund sind. die, ja, das soll eigentlich die 0,0, der Brand soll das eigentlich langfristig auch ein bisschen symbolisieren, dass wenn man ein Produkt in der Hand hält und man sieht, dass es von der 0,0 produziert ist, dass man eigentlich direkt weiss, okay, das ist eigentlich, ja. Ich habe einen Slogan für dich. Okay. 0,0% Sorgen. Siehst du, so entstehen coole Sachen. Genau, weil wenn du jetzt weisst, was du repräsentierst und für was du einstehst und jemand sieht 0,0, dann musst du dir überhaupt keine Sorgen machen, weil der Test muss ja bestanden werden, dass du überhaupt mit so einem Produkt auf den Markt kommst. Genau. Ja. Das ist ein bisschen die Idee oder die Zukunftsvision, die ich habe. und dann hast du deinen Job gekündigt. Genau. Gezittert hast du bestimmt damals. Es war... Schlaflose Nächte. Es war nicht ganz einfach, weil ich habe nebenbei das aufgebaut. Eigentlich wollte ich meinen Beruf immer behalten, weil der hat mir echt Spass gemacht. Ich habe dann einen Produzent gesucht, der das für mich produziert. Das war so ein bisschen die Idee von mir, dass ich das ganze Marketing übernehme und die Produktion aber extern gebe, weil ich auch wusste, es ist Lebensmittel zu produzieren, zu verkaufen, das sind nicht wahnsinnig Marschen. Also man muss relativ viel dafür machen. Da steckt eigentlich viel Passion dahinter und da habe ich eigentlich einen Produzent gesucht, der meine Passion umsetzen kann im Produkt. Es war aber nicht ganz einfach, weil die Produzenten eigentlich ab einer gewissen Menge erstbeginn, so ab 5'000, 6'000 Einheiten, was natürlich für mich als Start-up dazu mal eine Riesenmenge ist, oder? Das ist auch finanziell, war das ein grosser Step, so viel zu investieren. Dann habe ich jemanden gefunden, der kleinere Mengen für mich produziert hat. habe ich dann aber auch gemerkt, ja, es war vielleicht nicht genau der Richtige, es hat nicht so funktioniert mit der Zeit, es musste dann wieder abbrechen und dann habe ich mich entschlossen, eigentlich selber zu produzieren, weil ich dann gemerkt habe, ja, ich glaube, das ist eine junge Marke, ein junges Produkt, das muss man, das muss ich noch selber machen. Jetzt muss ich dich fragen, was hat er nicht so gut gemacht, dieser vorherige Produzent, dass es bei dir Klick gemacht hat, dass du es allein in die Hand nehmen willst? Grundsätzlich hat er eigentlich einen sehr guten Job gemacht, es war aber überhaupt nicht sein Know-how, also er hat zum Beispiel nie Glasverarbeitet, hat nie etwas im Glas abgefüllt, dadurch waren zum Teil die Etiketten komplett schräg, sie waren verknittert, die Glasabfüllung war nicht so sauber und so weiter und das war natürlich für ein neues Produkt, das neu auf den Markt kommt, ist ein bisschen der Knickpunkt, oder? Also das kann dich relativ schnell knicken, wenn die Qualität nicht stimmt, auch optisch und ja, genau, so muss ich dann, habe ich dann nach mehreren Versuchen musste ich dann merken, hey, das geht nicht, wir müssen aufhören und habe dann gesagt, okay, ich produziere wieder selber, habe in der Nacht mal nicht schlafen können, irgendwie um zwei, drei Uhr in der Nacht, Uhr in der Nacht, habe ich der Gemeinde geschrieben, bei mir im Pfeffikon. Das kommt ja super an. Dieser Juicy schickt eine E-Mail um zwei Uhr morgens. Genau. Und ich wusste es irgendwie, ich dachte, hey, wir haben einen Gemeindesaal, einen Gemeindesaal in Pfeffikon, ich frage doch, ob ich die Küche dort nutzen kann, wenn sie, wenn die frei ist. Mhm. Ich habe dann am nächsten Tag schon einen Termin bekommen und habe den Raum bekommen und habe eigentlich in dieser Gemeindeküche begonnen zu produzieren. Am Wochenende, am Abend, haben wir die Bestellung gerüstet und vorbereitet und so haben wir eigentlich dann mit Family und Friends habe ich die Produktion wieder gestartet, eigentlich nur mit dem Buillon und die war wirklich klein, es hatten keine Fenster, es war, wir waren zum Teil zehn, zwölf Stunden noch drin. Was? Und wie viele Gläser abzufüllen, wenn du so zwölf Stunden da warst? Das war alles relativ klein, durch das haben wir sehr wenig Menge produzieren können, also an einem Tag haben wir vielleicht, ich sage jetzt vielleicht, 80, 100 Gläser machen können, also das hat es gar nicht rendiert, oder? Genau, absolut nicht, nein. Minusgeschäft, aber so schön, von einer kleinen Küche wenigstens in die Gemeinschaftsküche, im Päbiken. Genau, genau. Also rendabel war es absolut nicht, wenn man alles mit Löhnen bezahlt hätte, wäre das... Aber so beginnt man ja, es geht ja um den freien Willen, jetzt etwas Gutes zu tun. Genau, genau. Und du hast es voll durchgezogen. Ja, es war, es haben wirklich auch alle mitgeholfen, auch an schönsten Sommerweekends waren wir in der Küche und produzierten. Sehr schön. Das war wirklich schön, auch zu sehen, wie man unterstützt wird in der Familie. Genau. Ja, die Küche wurde dann mit der Zeit zu klein. Ich habe dann, 2018 habe ich dann in dieser Küche gearbeitet, im 2019 habe ich die GmbH gegründet, also die Firma, und im 2020 habe ich mich entschieden, selbstständig also die 0,0 als Selbstständiger zu starten, genau, also ohne ohne Job. Ohne Job. Dann hast du gekündigt? Dann habe ich gekündigt, genau. Und dann dachte ich eigentlich, ja, ich suche mir noch Nebenjobs, wenn wenn ich... The worst case. Genau, genau. Bin aber dann an einem sehr coolen Ort gelandet, das ist in Chemtal. Wieso heisst das The Valley? The Valley, das ist eigentlich, das war früher, oder das ist die erste Maggi-Fabrik von der Welt. Ich wusste nicht, wie man Maggi ausspricht. Maggi oder Maggi? Ja, weiss man das so, oder? Also, sagen wir hier in der Schweiz sagen wir Maggi. Das war Julius Maggi, genau. Wer das gemacht hat? Genau. Er hat, das war die erste Fabrik, und die wurde dann vor ein paar Jahren, ich weiss jetzt nicht genau, wie viele Jahre, wurde die ganze Produktion ins Ausland ausgelagert und die ganze Fläche wird jetzt umstrukturiert. Es gibt von Automobil, von der Automobil Branche bis Büros und Produktion gibt es ein bisschen alles und für mich war das ein bisschen, das war der Ort, wo ich mich eigentlich gesehen habe mit der Bouillon, weil es ist auch ein mega Pioniergeister drin, also von Julius Maggi, was der alles gemacht hat und wie viele Arbeitsstellen er kreiert hat und hat auch sehr vieles Gutes gemacht für die Arbeitnehmer. Und das war für mich so ein Platz, den ich sagte, hey, hier muss ich rein. Das hat auf dich gewartet. Genau, das ist auch wieder so ein Glücksfall in dieser Zeit. Es beginnt ja nur schon beim Namen, mit 0,0, wie das passiert ist und dann mit der Gemeinschaftsküche im Pfeffikon, dass überhaupt die Gemeinde das erlaubt hat, schon wieder eine Tür, die sich für dich geöffnet hat und dann gehst du ins Kemptal, der Valley, wo Maggi, Maggi, oder? Ja. Nicht Maggi, Maggi. Wo Maggi frier produziert hat und so eine krasse Leistung gebracht hat und du gehst da rein und kannst einfach produzieren. Also, das hört sich ja schon so wie eine Success-Story an. Es fließt. Die Geschichte, die fließt ja voll, wenn du es so erzählst. Ja, sie fließt, wenn man es erzählt, aber so, es ist up und down, non-stop. Aber grundsätzlich kann ich mich wirklich glücklich schätzen, dass ich heute in Kemptal sein darf und dort habe ich eigentlich meine Produktion gestartet. Wir haben das komplett umgebaut. Also, wir haben einen Raum gemietet, der war, das war ein Rohbau und haben dort eigentlich die Produktion so eingerichtet, wie es für uns passt und habe dann im 2021 habe ich dann begonnen, dort zu produzieren. War eigentlich als One-Man-Show, wenn man das so sagen kann, habe ich alleine produziert. Ich habe mich am Anfang rein auf die Bouillon konzentriert und die Idee war aber, aus der Erfahrung, was ich gemacht habe, dass es nicht einfach ist, einen Produzent zu finden, der Kleinmengen produziert. Das war deine Intention. Genau. Das war die erste Story, die du erzählt hast. Genau. War eigentlich so mein Business Case, dass ich meine Produktion für mich nutze, aber gleichzeitig auch vielen die Möglichkeit gebe, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen mit anständigen Mengen, ich sage jetzt so 500-600 Stück haben wir dazu mal begonnen und das war eigentlich für viele Startups eigentlich so der Punkt, wo sie sagten, hey, das sind Mengen, die wir umsetzen könnten, die wir auch finanziell tragen könnten und so ist das eigentlich entstanden, dass wir nebst der Eigenmarke auch Lohnproduktionen anbieten. Ich wusste lange nicht, was Lohnproduktionen sind, bis gestern. Ich musste es googeln. Ja, es macht Sinn, das heisst, eigentlich wird man entlöhnt für dieses Produkt, was man gerade arbeitet, von sagen wir 8 Uhr morgens bis 12 Uhr und dann ist es bezahlt und fertig. Das ist eine Lohnproduktion für das eine Produkt. Genau. Also es funktioniert eigentlich so, dass der Kunde oder die Kundin uns das Rezept gibt. Wir machen das auch immer so, dass sie zu uns in die Produktion kommen. Ich möchte eigentlich immer alles sehr transparent haben, dass die Leute, Produkte entwickeln, dass sie sehen, wie wir es machen, dass wir es gemeinsam testen und die ersten Schritte sind immer so, dass sie zu uns in die Produktion kommen, wir produzieren zusammen, probieren das Produkt skalierbar zu produzieren und wenn das Rezept einmal steht, dann produzieren wir eigentlich genau nach dem Rezept, den wir bekommen. Und wie viel Input gibst du als Ex-Koch bei einer Rezeptur? Eigentlich nicht viel, die Produkte sind bis jetzt eigentlich immer ziemlich gut, also auch die Rezepturen waren immer sehr gut, dass man eigentlich nicht viel ändern muss. Das ist einfach ein bisschen der Feinschliff, wenn man die Produkte skaliert, dann ändert sich auch ein bisschen der Salzgehalt und so weiter und das muss man ein bisschen justieren, aber sonst grundsätzlich produziere ich eigentlich so, wie es der Kunde oder die Kundin gerne hätte. Hast du schon mal das Hello World Canola probiert? Selbstverständlich. Was kannst du da kritisieren? Hey, da kann ich wirklich nichts kritisieren, es ist sehr gut, es schmeckt auch immer sehr gut, wenn das bei uns produziert wird. Das riecht manchmal, das ganze Haus riecht nach frischen Nüssen und so weiter. Danke. Ja, sehr cool. Also es war auch ein Struggle, ich sage es ja echt, mit der Intention, was ich hatte, um das dann so herzustellen. Wir hatten schon einen Kampf mit probieren wir mal und dann schauen wir mal und dann war mir das Salz zu süss, dann war es wieder zu nussig und diese perfekte Mischung zu kreieren, das ging ultra lange, aber ich bin so froh, wie wir schlussendlich auf dieses Rezept gekommen sind. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, um ein Produkt zu entwickeln, weil die Rezeptur, die entwickelte Rezeptur ist irgendwann mal der Start eigentlich von diesem Produkt oder? Und das sollte eigentlich schon von Anfang an gut sein, die Rezeptur sollte stimmen, anstatt dass man in Zukunft dann immer wieder das Rezept ändert. zu dir kommen wir, wenn wir die perfekte Rezeptur schon haben, oder? Sicher am sinnvollsten, aber natürlich gibt es immer wieder Adaptierungen, genau. Aber es braucht immer ein bisschen Zeit, bis man das finale Produkt hat, genau. Ja, das heisst eigentlich, jeder da draussen, der eine Idee hat, könnte es schon zu dir kommen, wenn er sagt, hey, ich will jetzt eine Proteinbar machen, was ich übrigens wirklich machen würde. Zum Beispiel, was mir schon lange im Kopf schwirrt. Dann könnte ich jetzt zu dir kommen und sagen, hey, ich will das so gesund wie möglich mit diesen Ingredients und dann könnten wir auch was basteln und dann könnte man das auf den Markt bringen. Also bei mir ist so, ich habe natürlich auch gewisse Grenzen, die ich kann nicht alles produzieren, aber mir ist es immer wichtig, dass wenn jemand zu mir produzieren kann, kann das sicher jemand anders und durch das ich mittlerweile viele Produzenten in dieser Branche kenne, dann versuche ich auch zu vermitteln. Es ist natürlich immer schön, wenn ich vieles selber machen kann, aber es gibt gewisse Sachen, da habe ich Prozent, der das Know-how hat und so ist eigentlich dann auch die Person, die das Produkt herstellen will, auch zufriedener, wenn er zu der Person hinkommt. Aber sonst sind wir sehr breit aufgestellt, können sehr viele Produkte Gruppen abdecken. Das glaube ich dir aufs Wort, weil es spart natürlich einiges an Zeit und auch Geld. Ich weiss noch damals, als man noch nicht Social Media genutzt hat und man konnte sich noch nicht so richtig finden, sei es einen Schuh produzieren oder sonst irgendwas, find mal erst die Produktion. Die Idee hat jeder, aber den Schritt zu machen, der braucht Mut und auch ganz viele Kopfschmerzen. Dann musst du dich abhärten mit vielen Neins, viel Fehlproduktionen und was sich alles auf dem Weg trifft. Wenn man wie auch heute in diesem Podcast den Menschen mitteilen kann, hey, ich stehe für diese Produktion ein und wir können dies und das machen, dann hat jemand eine Idee und sagen, ich kontaktiere Juicy und mache ein eigenes Produkt. Wie cool ist das? Wisst ihr, in der heutigen Welt muss die Verbindung zu den Menschen, die uns am Herzen liegen, nicht viel kosten. Alles, was du brauchst, ist die richtige Frequenz und genau deshalb schweben wir auf der M-Tel-Frequenz ist wichtig, dass wir mit unseren Lieben verbunden bleiben können, ohne uns Sorgen um hohe Kosten machen zu müssen. Roaming war gestern. Dank M-Tel-Switzerland können wir genau das tun. Mit ihrer modernen Mobil-Telefonie-Expertise bieten sie einen einfachen und unkomplizierten Weg an, unsere Welt zu teilen. Also, wenn ihr das nächste Mal auf das Handy schaut, denkt daran, dass ihr auf der M-Tel-Frequenz schwebt und das M für meine Welt auswählt. Hello World is real. Super cool. Ja, voll. Das ist eigentlich die Intention des ganzen Podcasts. Ich finde das mega spannend, in die richtigen Hände zu kommen. Absolut, ja. Ja, und das ist ein bisschen auch die Passion, die wir erleben. Für uns ist eigentlich jedes Produkt, das wir jetzt produzieren, das wird so produziert, das wäre unser eigenes. Wir sprechen auch immer über die Produkte und versuchen eigentlich jeder, der bei uns etwas produziert, zu pushen und zu unterstützen. Und das ist eigentlich das, was mir gefällt. Neue Produkte zu produzieren, Leute zu bewegen, coole Lebensmittel herzustellen. Ja, das ist meine Passion, auch ein bisschen die Kraft, die mich treibt, neue Produkte zu entwickeln und neue Leute kennenzulernen. Ja. Und das gibt natürlich ein cooles Netzwerk, oder? So haben auch wir uns jetzt kennengelernt. Genau. Durch das Granola und durch Cyril. Genau. Und das ist das, was Spass macht in diesem Job. Voll. Ich weiss noch die Story, als du die gepostet hast, dann habe ich einen Repost gemacht. Dann bin ich auf 0,0 und dann habe ich das Profil gesehen, dann habe ich verstanden, okay, das ist eine Produktion, dann habe ich verstanden, da wird ja das Granola produziert, ja. Und dann sehe ich die Videos und denke so, die Menschen, die brauchen eine Stimme, das muss gehört werden. Also ich habe die Produktion gesehen, das hat irgendwas mit mir gemacht. Ich sehe so die Frauen dort, ich denke, ihr seid vier Frauen und zwei Männer im Team. Ja, genau. Ja, siehst du, ich habe es noch im Kopf. Irgendwie hat das was mit mir gemacht. Ich liebe so Einfachheiten, wenn was von Herzen kommt. Das hat auch so wirklich gewirkt. Ja, ich glaube, das leben wir auch. Wir sind ein junges Team, eine kleine Firma, sehr familiär. Es ist nicht ganz ein einfacher Job, es ist sehr anstrengend, man hebt viele Kilos und so weiter und die Leute, die bei mir arbeiten, die sind alle mega motiviert und das macht natürlich mega Spass. Sie sehen auch die Entwicklung, wie sich das entwickelt, wie sich die Mengen entwickeln und sie machen alle wirklich mit Freude mit und das macht auch mega Spass und auf den Videos auf Instagram und so weiter ist es eigentlich ziemlich authentisch. Ich versuche so authentisch wie möglich die Videos auch zu machen. Ohne grossen Schneckschnack. 0,0 fehlt da. Genau. Du hast ja etwas Schönes mitgebracht und ich habe dir gesagt, zeig das doch gleich im Podcast, damit die Schweiz auch informiert ist, was alles bei dir entsteht und geboren wird. Zeig uns doch, was alles bei dir kreiert wird. Als erstes das Hello World. Genau. Darf ich dich fragen, hast du jemals schon so eine Verpackung gesehen? Weil die, die das gemacht hat, sie hat mein ganzes Marketing seit zehn Jahren schon gemacht und sie ist ästhetisch immer so. Du merkst es mit der Ästhetik, mit dem Bild und so. Als wir die ersten etikettierten Gläser hatten, dachte ich, hey, das sieht richtig cool aus. Ich wusste am Anfang noch nicht genau, um was es geht und ich bin mega überrascht gewesen, auch mit dem Bild und mit den Fans und Hello World. Mit der Weltkugel, also weisst du, das finde ich das Geilste, was sie gemacht hat. gefällt mir sehr. Auch die Farbe passt sehr gut mit dem Inhalt. Soßen, die wir produzieren. Eine indische Soße? Eine indische Soße, die wird, im indischen Restaurant in Zürich ist die Rezeptur und wir machen das für ihn. Und das ist auch ein Produkt, was er schon sehr lange produzieren wollte und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und jetzt produzieren wir das. Hier, das sind alles frische Zutaten und das ist ein bisschen das, was Spass macht. Ja, dann haben wir solche Sachen, die wir abfüllen. Das war übrigens mein erster Kunde, der Veganitas. So geil! Vielleicht kennst du sie. Die haben einen Foodtruck, sie machen vegane Pitas und mit ihm, das war eigentlich das erste Produkt, was wir gestartet haben und haben für sie die Soßen gemacht. Die Nährwerte, die gefallen mir überall. Das füllen wir ab. Das ist eine reine Abfüllung, was wir machen im Glas und Etikettierung. Aber solche Soßen, das ist jetzt alles selbst produziert. Das ist der Hammer. Genau. Echt. Ja. Und dann weiss man auch, was man wirklich kauft. Genau. Ja, und dann haben wir wirklich noch von Nüssen über Essiggurken. Essiggurkenhammer. Genau. Und natürlich unsere Bouillon, die ich dir hier noch gemacht habe. Also das ist eben das 0,0 erste Produkt, was du jemals auf der Welt erschaffen hast. Genau. Und eigentlich die Grafik und das Glas. Also das hat dazu geführt, oder? Genau. Die Grafik ist eigentlich immer noch wie dazu mal. 0,0. 0,0. Du kannst richtig stolz auf dich sein. Echt. Ich freue mich riesig, das alles zu testen. Sehr gerne. Hast du auch gemerkt, dass die Anfragen mehr zu veganen Produkten kommen? Oder ist es für dich immer noch genau gleich wie damals? Nein. Also die Anfragen sind schon immer mehr vegan, vegetarisch. Ich bin, oder sagen wir so, die 0,0 ist weder voll in der Veganszene, also voll die vegane Schiene, aber auch nicht voll in der Fleischschiene. Wir sind so für gesunden Menschenverstand, für Genuss und das geht halt, das ist sehr breit und von dem her produzieren wir von veganen Produkten bis Fleischprodukten. Ja. Produzieren wir alles. Aber sagen wir, der Trend ist immer mehr vegan und vegetarisch und das ist auch eigentlich sagen wir irgendwie 80 bis 85 Prozent unserer Produkte, die wir herstellen, ist alles vegetarisch oder vegan. Ja. Doch, eben schon auf dieser Schiene. Wenn jetzt so ein Satz auf dem Produkt ist, es kann Nüsse und Weizen Gluten erhalten, ja stimmt, so wird das irgendwie aufgeschrieben. Was heisst das genau in der Produktion? Das ist eigentlich so ein bisschen ein Sicherheitssiegel für den Produzenten, oder? Wenn er jetzt zum Beispiel ein Produkt herstellt, wo es Nüsse drin hat und das in der gleichen Produktion produziert, wo zum Beispiel eine Bouillon so wie bei uns produziert wird, ist das wie so ein bisschen ein Sicherheitssiegel, dass es sein könnte, dass etwas drin ist, einfach vom Produktionsablauf. Ja. Bei uns ist es, wir schreiben das nicht drauf, da wir alles trennen, also auch die Räumlichkeiten sind komplett getrennt. Ah. Von dem her besteht die Gefahr nicht, dass in unseren Bouillon irgendwelche Nüsse oder so drin sind, weil das sind wirklich zwei verschiedene Räume. Aber, sagen wir so, für die grösseren Hersteller oder einfach für Produktionen, die das so nicht trennbar ist, ist das wie so ein Zusatz, den man hinschreiben muss. Das heisst, für die Geflügel Bouillon, trennt ihr die Räumlichkeit von der veganen Bouillon? Wir trennen die, wie kann ich das sagen, die, also wir produzieren nicht am selben Tag, produzieren wir nicht eine Fleisch- Bouillon und eine Gemüse- Bouillon, das machen wir nicht. Genau, also wir trennen diese Produktion, das ist natürlich auch von der Reinigung her, es wird alles speziell gereinigt, dass es keine Eiweissrückstände und so solche Sachen entstehen und so können wir eigentlich von vegan bis Fleisch eigentlich alles bedenkenlos produzieren. Wir haben auch die Geräte, die sind natürlich alles aus Chromstahl, aus Produkten, ja. Ja. Okay, du gibst mir einen riesengrossen Einblick in eine Welt, die mich so extrem interessiert. Das Gerät. Ja, genau, diese Technologie, also das Gerät, das musste man ja bestellen. Wie kommt das? Also kommt jemand und sagt dir, du brauchst jetzt genau dieses Gerät und deins muss aber so sein, weil du das ja so für dieses Produkt brauchst oder wird das extra nur für dich erstellt und designt? Wie kann man sich das vorstellen? Es sind eigentlich relativ einfache Geräte. Es sind so ein bisschen grössere Kochpfannen. Ja, die sind viel grösser, aber grundsätzlich durch meinen gelernten Beruf als Koch hatte ich natürlich schon ein bisschen Kenntnis, was für Geräte man braucht. Durch die Erfahrung, die ich in den Jobs gemacht habe, habe ich immer mit Lebensmitteln zu tun gehabt, war auch oft in Produktionen drin und so konnte ich eigentlich sehr viel Know-how mitgewinnen und ich wusste eigentlich ganz genau, was für Geräte ich brauche, durch einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe von früher. Ja, und dann speziell für dein Produkt wusstest du, das musst du bestellen, also du musst jetzt nicht irgendetwas anfertigen lassen. Nein, graus. Aber es gibt auch Produktionen, da muss man ja etwas anfertigen, das ist extrem teuer. Absolut, ja. Also wir sind immer noch im Manufakturbereich, durch das sind das relativ Standardgeräte, aber sobald man in die Automatisierung geht, automatisierte Abfüllung und so weiter, dann ist das so ein Step, wo man das auf die Produkte eigentlich entwickelt. Genau. Aber bei uns so ein Mix zwischen Manufaktur und Automatisierung und von dem her geht das immer noch sehr gut mit den Standardgeräten. Ja. Mega. Also vor allem auch, dass ihr das mit der Produktion auch trennt. Das heisst, an einem Tag macht ihr die Gemüsebücher, an einem anderen macht ihr die mit Fleisch. Ich finde das auch energetisch schön, dass es dann nicht am gleichen Tag gemacht wird. Ja. Also wenn du so an Energien glaubst, dann finde ich das etwas Schönes. Es kommt einfach nicht in Berührung. Es ist etwas anderes, ein anderes Thema. Ja. Also das, wir trennen auch, wir schauen auch zum Beispiel, wenn das Granola produziert wird, dass wir dort auch eigentlich die ganze Produktion sperren. Dass keine Kontamination mit anderen Produkten durch Staub oder wie auch immer. Ja, da wäre ich sehr, sehr gerne mal dabei. Sehr gerne, ja. Wirklich. Also bei den nächsten kannst du mich gerne anrufen. Gut. Ich komme da sehr gerne vorbei und hilf mal mit, hey. Gut. Wird dich ein bisschen freuen, ja. Ja, auf jeden Fall. Hallo. Du musst die Kosten sparen. Genau. Do it yourself. Genau. Ja. Ja, du tust der Welt wirklich gut. So umweltbewusst und eben mit diesem Bewusstsein, was du hast, was die Natur angeht, das Essen angeht, den Mensch. Es ist einfach schön, dass du alles in einem Glas verpacken kannst. Und ich habe auch immer gesagt, in diesem Glas zehn Jahre Erfahrung drin, oder? Und bei dir ist 0,0 auch eine riesen Geschichte drin und wenn man das dann auch bei sich hat, dann versteht man, was man kauft. Ja. Es ist nicht einfach nur ein Produkt, das keine Stimme hat. Wir haben 0,0 gerade belebt, nochmals im Podcast. Du hast die Geschichte erzählt, wie du das gegründet hast. Und ich glaube, das hat eigentlich jedes Produkt hat auch eine Geschichte und ich glaube, das ist das, was auch Spass macht, wenn man diese Produkte konsumiert, dass man eigentlich auch weiss, woher das kommt, wer dahinter steckt. Jedes Produkt bringt seine eigene Geschichte. Das Granola hat eine Verbindung mit dir jetzt zum Beispiel und unterstützt gleichzeitig ein Start-up, das Granola macht und der arbeitet bei mir, ist alles ein bisschen so vernetzt und ich glaube, das ist das Coole daran, in dieser Nischenproduktenwelt, das Persönliche. Das ist alles verbunden. Genau. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe eine Idee, aber der denkt so, ja, aber von denen gibt es ja schon 100.000 da draussen, was würdest du diesen Menschen empfehlen? Mach es trotzdem, weil bei der Bouillon ist es auch so ein Produkt, das gibt es en masse, aber mach es, mach es ein bisschen anders, mach es besser, mach es auch ein bisschen mit Freude und dann kommt das immer gut. Man sollte sich nicht davon scheuen, wenn schon so viele Produkte da draußen verkauft werden. Nein, nein, absolut nicht. Ja. Ah, sehr schön. Was ist eine Quote, was du der Welt gerne auf dem Weg mitgeben würdest, was dich immer so im Leben begleitet hat? Ja, ich glaube, dass man Freude haben soll, dass man es geniessen soll, dass man auch beim Essen, dass man das zusammen geniessen soll und uns ein bisschen bewusst werden müssen, was wir alles haben und wie wir hier auch vor allem in der Schweiz leben dürfen, dass wir sehr viele Vorteile haben. und ja, wir eigentlich nie denken, nie überlegen müssen, können wir jetzt etwas, können wir, ja, wir müssen eigentlich nie gross auf etwas verzichten und genau das sollte man sich ein bisschen reflektieren und denken, hey, uns geht es eigentlich gut, wir können sehr coole Produkte auch immer geniessen und so weiter. Ja, voll. Danke dir vielmals, dass du das Bewusstsein in den Raum mitgebracht hast und die tollen Produkte, die bei euch reduziert werden. Ja. Danke, dass du heute hier warst und ich denke, ich komme definitiv in the Valley. Ich muss nicht auf die andere Seite der Welt ins Valley gehen, sondern ich kann wirklich da in der Schweiz einfach mal vorbeikommen und schauen vor Ort, wie das alles passiert. Wir sind herzlich eingeladen. Danke dir auch für die Einladung. Hat Spass gemacht. Ja, jetzt haben wir es gemacht. Nicht so wie auf LinkedIn der eine Kommentar. Leute, er schickt mir einen Printscreen. Ich kenne den Menschen nicht. Kennst du ihn? Ich kenne ihn, ja. Irgendein Freund von dir oder so hat einen Kommentar auf LinkedIn gemacht und hat so gemeint, hey, ich sollte ja mal den Juicy einladen für meinen Podcast. Und dann hat er den Printscreen ins WhatsApp geschickt und hat mir gelacht und haben so gesagt, wenn der Mensch wüsste, dass das ja wirklich jetzt passiert. Genau. Ja. Also wie es wahrgenommen, weil die Geschichte kennt er und er weiss, es passt in diesem Raum, in meinen Podcast. Keine Ahnung, das ist bei ihm einfach, also ich habe auch nie, ich hatte nie grossen Kontakt in der letzten Zeit. Das war, er hat das einfach so geschrieben und hat super gepasst. Hammer. Sobald er online ist, schickst du ihm diesen Link und sagst, just did it. Genau, das werde ich machen. Hey Juicy, danke nochmals von Herzen. Bevor wir zum Ende kommen, vergesst nicht, auf www.mtl.ch vorbeizuschauen. Entdeckt die Angebote, die eure Verbindung zur Welt noch besser machen können. MTR für eure Welt, eure Verbindung und euren Erfolg. 0,0 auf Instagram und Homepage 0,0.ch TikTok sind wir im Aufbau. Im Aufbau, okay, gut. Das wird das nächste Projekt sein. Super. Genau. Und wenn jemand eine Idee hat, einfach direkt anschreiben. Genau. Okay, schön. Super. Ja, dann danke ich euch allen auch für diesen Podcast-Dossieren. Immer unterstützt, liked, bewertet, teilt. Road Success bei mir auf Instagram folgt, 0,0 auf Instagram folgt, der Real Mira auf Instagram folgt. Ja, das sind einige Sachen. Ich musste mir das alles merken. genau. Und dass ihr immer wirklich so mich auf meinem Wege auch unterstützt. Und all diese Zutaten, wie ihr seht, wenn jemand Zutaten in was reinsteckt, was auch Energie ist, Know-how und Erfahrung und so, dann passieren die schönen Sachen im Leben. Und das hoffe ich so sehr, dass ihr das auch eines Tages macht. Danke vielmals. Happy Day.